Nein, 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 woha, scheiße, hey, genau, es geht bei euch ab, Mirage ist am Stüssel, hey, je Pipis, wie viel Kills, Achtung, ach, scheiße, immer noch weiter, okay, jawohl, ich bin der Aufführer, gebe auch mal acht, wie ich, oh, hängen geblieben, wie ein hängen geblieben, ich verstehe die überhaupt nicht, scheiß die Wand an, scheiß die Wand an, alter, ich weiß, ich bin schon oft Leuten in den Weg gelaufen, deswegen darf ich mich darüber nicht aufregen, Ich rück mich, aber ich sag nichts mehr dazu, so, Wine Meal hat wahrscheinlich keinen Blick, der Ficker, aber ich hab ihn mir gemutet, wisch, dass ich ihn nicht höre, den Blade Cop, oh shit, er hätte noch ein paar Sekunden hinhalten können, dann hätten wir gewonnen, der aufgewohne, Halla ist schon gut geworden, der andere, hier war noch einer, was fand das gerade eben für ein Jump, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, ich hab mich gedreht, ich hab nicht auf die Taste gedrückt, ich bin einfach so geslogen, wäre das etwa so ein Spiel, in dem ich gar nichts machen muss, in dem ich einfach nackt rumsitzen kann, hab das gesehen, ich drehe mich um, mhm, guck wieder weg, ich drehe mich wieder um, sag, what? Go, go, Power Rangers, shot. Ah, verdammte Kacke, run, run me, fuck, run. You're the middle, go, 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 go. Yeah, yeah, gibt's doch noch eine Arbe, langsam, langsam läuft, langsam läuft, ist nämlich eigentlich ziemlich nett, auch wenn dein Bot dabei ist, der da, der ist autistisch, ey, it's clear. Letzter, irgendwo, der hat angefackt, damit es von hier kommt. den war nicht so also manchmal geht es ein bisschen mit mir durch das ist mal weg gehen oder wenn die anderen auf a draus sind aber merkt er was die leute unterstützen mich in diesem gewackel ich weiß ich weiß habe ich schon ein bisschen gut gemacht top leute ich weiß also meine russischen freunde gehen wir jetzt hin ich höre ich zu also irgendjemand hatte geschrieben ich glaube akim du warst es dass die russen meistens gut sind das recht ich habe schon oft spiele gespielt in denen die russen eigentlich die ganzen runden alleine geholt haben ich habe mich gesehen bei karl dachte er hat mich gesehen deswegen wollte ich dann ran aber es war auch saugwürde ich dachte er wäre direkt neben dem auto und nicht da hinten das ist natürlich bitter ist jetzt wieder bittere bildung was passiert hier warum bleibe ich manchmal hängen scheiße überrascht hinten sagt er ist links aber ich habe immerhin recht gehabt immerhin habe ich recht gehabt aber es hat mir nicht viel gebracht aber übel wie so unsere maids zerfickt haben oder in apartments also ich dachte wir stehen recht safe auf einmal kommt einer mit der pump und trotzdem im ersten weg ja die bombe geht auf b alleine ich frage mich auch was der da macht jetzt kriegen wir aber gerade auf den sack hier die bombe war da unten die gegner wollen sich wieder rumkippen krass wenn man denkt ja weil er seine hose aufgemacht hat ich vergesse jedes mal dass da einer von kurz kommen kann nämlich so richtig eklig ficken kann durch connect dadurch ich will vor ich habe p90 gell mach mal obachter fahne oh mein gott die russische fraktion wird schon etwas länger leise sagen gar nichts mehr an sie laufen einfach irgendwie ich musste wieder nichts machen nur um rennen okay letzte runde bei team tauchen wir noch mal richtig nein thank you my friend aber jetzt hast du kann man diese sprachkommands absenden thank you my friend wir werden gefickt hopp komm ich bin wahrscheinlich eh durch will er jetzt a gehen nee du kommst jetzt mit auf b okay von der kommentar hast du geht dann gehen wir halt b es callt wieder niemand irgendwas bin der einzige der ansagt wohin er sich stellen möchte und das war es nein 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 waaah scheiße alter was für ein rudelbums drei leute come on come on chub chub come on chub chub find ich das lustigste was zu sagen alter wir sind gerade überrennen krass mein lieber scholli alles wieder hartes spiel männer was machen wir jetzt wie sieht das jetzt mit euch aus palace ja halb flash und header gegeben oh je my name is penis i'm dead fuck über mir war einer der einfach runter ballert wie so ein wahnsinniger just like a wansinnig just like a wansinnig just like a wansinnig also männer mehr kann ich nicht machen ja ich hab einer geklatscht ich hab einer hochfiegt obrana den speck nein wir sind unlucky grad oder wir sind anlagen selbst die chububu kriegt das nicht hin oder chubububu selbst igor kriegst du nicht hin super super ist ja wo man eine erfolgs wahrscheinlichkeit von unter weit unter viel palace one roger yeah mein assist b männer b b b b super ich bin ultra low oh unser kurzer war noch nicht durch komm schon nice nice ganz gut nein ich bin gegen den stein gelaufen ah der oben hat mich wahrscheinlich weg geholt aber ich bin gegen den stein gelaufen ich will zurück die russer hast du Doji Kill her, what the fuck are you doing? From the ground Rampe, gell? Das, was von T hoch auf A führt Ist das Rampe? Nennt man das Rampe? Oder Stairs oder sowas? Oder T-Stairs? Oder T-Ramp? Das würde ich noch gerne wissen Oder sagt man einfach They come from T Okay, und der letzter ist noch alive Wird er das schaffen? Er hat das nicht geschafft Was? Bitte sag jetzt nicht sowas wie Komm, wir machen alle eine Eco Fuck, fuck, fuck Ich hab noch 5 HP Habt ihr gesehen, wie ich mit dem gerade gestruggelt hab? Auf dem auf meinem Kopf Nice, aber die Mates haben's holt Geh weg Ich will hier weg Das Männer von hinten anballert Oh, Fick Okay, 2 gegen 3 Why me? Toko Kartier auf... Oh, Kitchen ist einer Oh, jawoll Da hat er den Jungle Oder eben Jungle Loch Oder wie das eben? Oh, fuck Geil, die kommen B Alter, nein, die gehen auf A Das ist aufregend Von rechts Yeah Okay Also wir brauchen noch 3 Runden Tell us one Nice Ja, und die AK geholt Ich werd angerufen Ich werd angerufen Shit B, überschli Ö 2 2 Kinder, Kinder Defuse Nice I'm defusing the bomb Nice Easy win Easy go Easy life Noch eine Runde haben wir gewonnen, komm Je Fuck Oh, bitter In der Ecke hole ich mir keine Rüstung, oder? Wow, wie wir gebumst werden Ey, Alter, wie er mich weg, ey Wir hatten 2 Gegner, die ungefähr die unter 5 HP hatten Alter, wie bitter ist das? Ich hab den auf 98 Runden geschossen Der andere hat seinen anderen auf 97 Runden geschossen Zwei Toter haben gegen uns gewonnen Scheiße Okay, 3 gegen 2, komm, der schafft ihr Guck mal, wie sie aufgestellt sind Sehr, sehr gut Lass den auf Palace einfach mal Ja, merkst du was? Nice 3 gegen 1 Lass den kommen Bombesucker down Nice Eine schnelle Runde Babam Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt Macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao